Moin allerseits! Tag 6 beginnt! Oder wenn ich mich recht entsinne, Tag 6 war das? Ja, Tag 6. Oder Tag 5? Ne, ich weiß nicht. Ich weiß nicht so richtig, aber doch. Ich weiß nie wirklich so. Na dann beginnen wir den neuen Tag. Wie man sieht, ist es bewölkt. Also nicht mehr so heiß, aber auch recht schön angenehm kühl, denn heute wird es wahrscheinlich ein fauler Tag heute, denn wir gehen heute nur bummeln. Die anderen gehen Schifffahrt und ich gehe natürlich bummeln. Mal sehen, was man direkt in den St. Peter-Ording zu sehen bekommt. Na dann mache ich mich dafür bereit. Na dann, auf geht's! So Freunde, jetzt sind wir auf dem Weg ins Dorf und dafür zu bummeln. Mal sehen, was wir direkt hier zu sehen bekommen. Geld habe ich eingesteckt, aber man soll nicht zu teure Sachen kaufen. Das machen wir ja nicht. Na dann, los geht's! So! Schön! Ja! Du flickst! Du hast alles? Ach so! Ja, du wärst es! Was ist hier ein Drachen hier? Musik 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 So Freunde, wir sind jetzt wieder zurück, wir gehen jetzt auf den Rückweg zurück, da ruhen wir uns jetzt gleich mal raus. Musik Ich muss noch Bescheid sagen und so weiter. Aber dann switchen wir mal. So, wir sind hier, also wir sind ausgeruht und sind wieder in den Dünen. Da liegt der Strand. Hier herrscht immer Heppe und Flut. Wir sind auf dem Weg in den Märkten, also Strandmärkten eher gesagt. Und da machen wir kurz mal hier eine lange Wanderung. Und da switchen wir direkt mal vor. Musik Okay, wir sind hier im Kumpel hier. Musik Musik Hier sind hauptweise kleine Krabbe hier drin. Hier ist eine große. Musik Musik Sie lebt, oder nicht lebt, die Krabbe. Musik Oh, okay, 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 die Krabbe lebt. Musik 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 Ja, die Krabbe lebt. Musik Krabbe lebt. Musik 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 Auch 안녕. Oh Gott. Oh Gott, schön. Das scheint eine Eppe zu sein. Auch schöne blauwarme Wasser sogar. Weiß ich hab hier auch noch... Wir sind doch so hoffenweise Muscheln hier drinnen, in den Sandbänken. Aber das Wasser ist schön und herrlich angenehm. Das Wasser ist so schön und herrlich angenehm. Okay, hier sind hoffenweise Vögel unterwegs. Man fährt jetzt alles voll mit Sand und Schlamm. Es ist nicht so schlimm wie aus dem See. Alles aus Süßwasserseen. Schön angenehm. Ich geschob da zu sehen. Das ist ein bisschen Seeflögel. Ja, das war so.